Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich dazu entschlossen, dieses kurze Video aufzunehmen in der Sektion Tools, da seit kurzem die geänderten Nutzungsbedingungen von YouTube greifen, nämlich dass sie auf nicht monetarisierten Kanälen sich vorbehalten, Werbung zu schalten vor Videos, die bisher werbefrei gewesen sind. Das Ganze lässt sich aus der Sicht des Konzerns Alphabet, zu dem Google und damit YouTube gehören, auch nachvollziehen, denn die Werbeeinnahmen, die YouTube generiert, haben sich im letzten Jahr fast verdoppelt, ohne dass ich jetzt genaue Zahlen sagen möchte. Das heißt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es durchaus nachvollziehbar. Allerdings haben in den letzten beiden Jahren viele Kolleginnen und Kollegen den Weg auf YouTube gesucht, um Lehr- und Lerninhalte zu vermitteln. Und diese stellen sie in der Regel als Open Educational Resource zur Verfügung, deren Sinn und Zweck es gerade ist in den Creative Commons, dass sie eben nicht kommerzialisiert werden, sondern frei verfügbar sind. Und das bedeutet in der Regel auch, dass nicht Dritte damit Gewinn machen. Das Ganze ließe sich relativ einfach insofern klären, indem man sagt, ja gut, dann benutzen wir eben diese Plattformen nicht mehr, sondern benutzen eine der Plattformen, die sich im Moment etablieren. Also in Sachsen wäre das etwa der Videocampus Sachsen. Es gibt EduShare, das heißt, das sind Open Educational Resources Plattformen, die im Wesentlichen alle Inhalte verlinken. Allerdings ist natürlich die Funktionalität und die Reichweitenmöglichkeit und die Implementierung auf verschiedenen Geräten über dezidierte Apps und so weiter mit YouTube auf einem ganz anderen Niveau, sodass man möglicherweise nach einem Weg suchen kann, um die Vorschaltung von Videos vor Bildungsinhalten zu verhindern. Und das Ganze würde ich Ihnen ganz gern zeigen, wie das gelingt. Ohne böse Absichten freilich, ja. Und zwar habe ich gestern Abend relativ schockiert festgestellt, dass vor allem mein Videos an Werbung geschalten wird und habe dementsprechend eine Umfrage auf Twitter veröffentlicht, weil ich einfach wissen wollte, wie andere Leute mit diesem Phänomen umgehen, weil ich auch nicht selber auch nicht wusste, wie ich das geschickt machen soll. Und habe mich zunächst für die Option entschieden, ja, man könnte diesen Kanal ja monetarisieren und die Erträge spenden. Das nächste wäre, und das darf auf einer Plattform wie Twitter, die relativ stark von der Open Source Community geprägt ist, nicht verwundern, der Hinweis, dass man ganz umzieht. Das heißt, dass man tatsächlich eine der Sharing-Plattformen für Open Educational Resources nutzt und YouTube den Rücken kehrt. Ebenfalls eine Mehrheit oder sagen wir mal eine deutliche Stimmenanzahl von 25 Prozent hat sich dafür ausgesprochen, die Inhalte zu spiegeln. Das heißt, dass man sowohl YouTube als auch Open Educational Resources Plattformen bedient. Und diese beiden Varianten, nämlich entweder die Monetarisierung und die Erträge spenden und die Inhalte spiegeln plus ganz umziehen, werden eigentlich in diesem dritten Punkt deutlich sichtbar. Ich habe mich da noch ein bisschen umgeschaut, weil ich schon vermutete, dass die monetarisierten Kanäle eine ganz andere Möglichkeit haben, auf ihre Inhalte und die Werbung Einfluss zu nehmen, die geschaltet wird. Und habe dann eine Möglichkeit gefunden. Diese verlinke ich auch in der Beschreibung unter diesem Video. Das können Sie sich genauer anschauen. Das ist von diesem Kanal. Und zwar so geht YouTube. Und das spiele ich jetzt nicht ein. Das können Sie dann in Ruhe sich anschauen. Und der Punkt ist tatsächlich an der Sache, dass hier vor einem Jahr, als diese Änderung der Nutzungsbedingungen in den USA zu greifen begann und erst für 2021 für Deutschland angekündigt war, die Möglichkeit erwähnt wird, dass man den Kanal selbst monetarisiert. Die Bedingungen dafür sind allerdings, dass dieser Kanal mindestens 1000 Abonnenten oder Abonnentinnen hat und eine gültige Wiedergabezeit von insgesamt 4000 Stunden aller Inhalte erreicht haben muss. Das klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so gut erreichbar für kleinere Kanäle, die zum Beispiel erst im letzten Jahr die Aufzeichnung und das Aussenden von Videos begonnen haben. Allerdings ist diese Zahl nicht unerreichbar. Das heißt, wenn Sie Educational Accounts unterstützen wollen, die diese Abonnentinnen Zahlen noch nicht erreicht haben oder die Wiedergabezeit, dann würde ich mich doch sehr freuen, wenn Sie diese Kanäle abonnieren und diese der Monetarisierung ein Stück weiterbringen. Denn es gibt ja da durchaus öffentliche Institutionen, die neben Privatpersonen und neben Lehrenden wie mir oder anderen bisher keine Werbung geschaltet haben vor ihren Inhalten und sich durch öffentliche Gelder finanzieren. Und die bringen sich natürlich in eine Zwickmühle, wenn sie das Schalten von Werbung vor ihren Inhalten gestatten. Denn dadurch werden sie kommerzialisiert. Wie geht man nun am ehesten vor? Die Monetarisierung selbst beantragt man bei YouTube und das ging schneller als gedacht. Mein Kanal, die Monetarisierung hatte ich gestern beantragt. Das Ganze lässt sich über das YouTube Creator Studio anschieben. Und was sich dann ändert, ist tatsächlich das, dass alle Inhalte, ob sie gelistet sind oder nicht oder öffentlich oder nicht, die Möglichkeit bieten, einzeln monetarisiert zu werden. Und das wiederum bedeutet, dass man die Monetarisierung für alle Videos ausschalten kann. Das ist auch die Default-Einstellung bei YouTube, sodass mit ein bisschen Glück, wie ich hoffe, ab sofort vor meinen Videos keine Werbung mehr geschaltet wird. Also das bedeutet, zunächst sollten Sie für sich die Frage klären, ob Sie bei YouTube weiterhin präsent sein wollen oder nicht. Das Zweite ist, dass Sie entscheiden, wenn Sie präsent sein wollen, ob Sie eine Monetarisierung anstreben und also eine Monetarisierung des Kanals, um dann möglicherweise die Monetarisierung nicht zu aktivieren, um weiterhin einen werbefreien Kanal zu haben. Das, was man aber mit diesem, dieser Möglichkeit tun kann, und das würde ich Ihnen ganz gern jetzt an meinem eigenen Kanal zeigen, ist, dass, Moment, halt, an meinem eigenen Kanal zeigen, dass diese Umfrage bei YouTube entsprechend anders aussieht. Ja, also das heißt, ich zeige nochmal die Umfrage bei Twitter im Vergleich. Ja, also monetarisieren, Einträge spenden, ganz umziehen, Inhalte spiegeln. Und dieselbe Umfrage sieht tatsächlich bei YouTube so aus, dass sich eine Mehrzahl der Nutzerinnen dafür ausspricht, es sind jetzt hier weniger Stimmen, es sind nur 16, aber dennoch eine Mehrzahl der Nutzerinnen dafür ausspricht, den Kanal zu monetarisieren und die Erträge einfach zu spenden. Was man jetzt tun kann, ist das Beste aus beiden Welten, nämlich, dass man durchaus einzelne Inhalte und einzelne Videos, in denen man das vorher ankündigt, für eine Monetarisierung öffnen kann und diese einzelnen Inhalte monetarisiert und dafür einen guten Zweck auslobt und somit idealerweise das Beste aus beiden Welten zusammenführt. Was ich also tun werde, ist, dass ich in absehbarer Zeit beginnen werde, die neuen Inhalte, nicht die alten Inhalte auf einer offenen Plattform wie dem Videocampus Sachsen zu spiegeln und gleichzeitig aber meine Inhalte weiterhin auf YouTube halte, nicht monetarisiere, also nicht mit Werbung versehe, aber mir die Option zurückhalte, entsprechende Inhalte zum Beispiel für einen guten Zweck zu monetarisieren und die Erträge dann zu spenden. Ich hoffe, dass es Ihnen einen kurzen und schnellen Überblick über die aktuellen Bedingungen und Entwicklungen auf YouTube gibt, dass Sie das für Ihre educationalen Kanäle gut einsetzen können. Ich verlinke das Erklärvideo und die Beschreibungen, die ich jetzt hier ganz kurz gezeigt habe, in der Beschreibung unter diesem Video. Bin gespannt, würde mich freuen, welche Wege Sie suchen und was Sie von diesem Weg halten und bin bis zum nächsten Mal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.